Die zweite Medikin für heute ist noch ein Stücker. Das sind die, die letztes Jahr noch ausgewohnt haben. Hinterhalde, dem Titel, der erste von ihnen heißt Alexander Maisonnet. Der schießt noch abgeschafft. Auf Bahn 4 sehen wir Benetsteufel. Er ist der erste vom LZU-Markt Rostrup 2. Da stehen die Schiene von Heidegger. Die schnellste Gewände sind hier mit 38,96. Dominik Lüger ist der erste von ihnen. Eddie Einland-Wandwolf. Auch die Jungs wollen es aber wissen. Die Jungs hat schon die Waffe gesehen. Über die Jungs hat die Jungs vom TSV 1862 Erding. Vendelik Wiese für die Startgemeinschaft Essigsteam Wendelschwein Erding. Und mit dabei auch der TV Werkengrad. Auf Bahn 7, der Startläufer hier. Marcel Becker von Tromisch. Der zweite Zeitende noch. Der letzte Startschuss dieser deutschen Meisterschaft. In meiner Meinung nach. Auf Bahn 7, der Startschuss. Auf Bahn 7, der Startschuss. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.